Herzlich willkommen bei QSI in Bremer. QSI ist weltweit eines der größten Labore für Hanf-Anhöte. Und heute wollen wir Sie mit auf die Reise durch unser Labor nehmen. Einer unserer Schwerpunkte ist die Analyse von Hanf und handfaltigen Produkten, wobei die Analyse von Cannabinoiden, insbesondere THC und CBD, eine der wichtigsten Analysen für die Produktsicherheit von handfaltigen Produkten ist. Darüber hinaus führen wir qualitätsrelevante Analysen, wie zum Beispiel das Terpenprofil oder die Analyse von Pestizidrückständen und Mykotoxinen durch. THC ist die psychoaktive Substanz in Cannabis und unterliegt damit dem Betäubungsmittelgesetz. Sie wird daher von Behörden stark überwacht und ist streng reglementiert. QSI hat eine Sondergenehmigung zum Umgang mit Betäubungsmitteln. Diese erlaubt es uns, Hanf- und handfaltige Produkte sowie Medizinalkannabis sicher zu analysieren. Unter der Marke DSi-Farm bieten wir auch fundierte Kenntnisse im Bereich Medizinalkannabis sowie etablierte, hochmoderne analytische Dienstleistungen in Übereinstimmung mit dem EU-GMP-Leitfaden an. Dazu zählen insbesondere alle Prüfungen, die im Rahmen der Freigabeanalytik gemäß Arzneibüchern erforderlich sind, als auch die Beratung in Betäubungsmittel- oder arzneimittelrechtlichen Fragestellungen. Durch die Kombination von analytischer Präzision und einzigartigem Service lassen wir keine Wünsche offen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.